Willkommen zum E-Mobility Update am Dienstag, den 5. März. Heute geht's um eine Elektroversion des Dacia Sandero, das Facelift des Hyundai Ioniq 5 und weitere Störungen bei der VW-Produktion. 2.500 neue Ladepunkte für Hamburg sind ebenfalls Thema. Und mit letzterem legen wir auch gleich los. Die Hamburger Behörde für Wirtschaft und Innovation hat die Vergabe einer Konzession für den Betrieb von 2.500 Ladepunkten im öffentlichen Raum gestartet. Im Rahmen der öffentlichen Ausschreibung können sich private Betreiber auf eines von fünf Losen mit jeweils 500 Ladepunkten bewerben. Der Aufbau der neuen Stromspender soll bis Mitte 2027 abgeschlossen sein, so die Behörde. In der Folge müssen die Ladepunkte dann acht Jahre lang betrieben werden. Damit bietet sich nun auch privaten Ladeinfrastrukturbetreibern eine verlässliche Basis für Investitionen in die Ladeinfrastruktur nicht nur auf Privatflächen, sondern auch im öffentlichen Raum, so die Hansestadt. Damit würde nicht nur die Zahl der öffentlichen Ladepunkte in Hamburg deutlich wachsen, sondern auch die Zahl der Betreiber. Zwar hatte die Hansestadt bereits zuvor das Ziel, im Rahmen von Partnerschaften private Unternehmen am Ausbau zu beteiligen, zur Sicherstellung einer adäquaten und grundlegenden Versorgung mit Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum, war aber Stromnetz Hamburg ein zentraler Akteur und Betreiber von zuletzt rund 1.600 Ladepunkten. Ende 2023 wurde der Betrieb offiziell an die Hamburger Energiewerke Mobil GmbH übergeben, da es laut der neuen Strombinnenmarktrichtlinie der Europäischen Union den Stromnetzbetreibern ab 2024 verboten ist, Ladesäulen zu besitzen und zu betreiben. Mit den fünf Losen a 500 Ladepunkte werden also weitere Betreiber eine nennenswerte Anzahl an Ladepunkten betreiben. Aus dem Geoportal der Stadt Hamburg geht hervor, dass die Lose nicht bestimmte Stadtteile umfassen, sondern die Ladepunkte eines Loses über die gesamte Stadt verteilt sind. Es wird also nicht in einem Stadtteil ein lokales Monopol, sondern einen Wettbewerb geben. Bewerbungen müssen bis zum 25. März eingereicht werden. Der Dacia Sandero der nächsten Generation wird auch einen rein elektrischen Ableger erhalten. Dieses seit dem vergangenen Jahr kursierende Gerücht bestätigte der Dacia-Markenchef jetzt gegenüber Automotive News Europe. Die Quelle für die Gerüchte aus dem Sommer 2023 war ebenfalls besagter Manager, der bereits damals die Premiere 2027 oder 2028 bestätigte, beim Antrieb aber noch etwas vage blieb. Das ist jetzt anders. Der Sandero der nächsten Generation wird einen Verbrennungsmotor haben. Es wird aber auch eine Elektroversion geben, wird der Dacia-Chef von der Fachzeitschrift zitiert. Die neue Generation des meistverkauften Modells von Dacia werde 2027 oder 2028 starten und soll bis zum Jahr 2035 angeboten werden, wenn das Verbrennerverbot für Neuwagen in der EU greift. Der Sandero ist der Bestseller der rumänischen Marke und war 2023 hinter dem Tesla Model Y das zweitmeistverkaufte Auto Europas mit rund 236.000 verkauften Einheiten. Die aktuelle Sandero-Generation ist seit 2020 auf dem Markt. Eine Ablösung in drei oder vier Jahren würde also dem üblichen Modellzyklus entsprechen. Das Modell basiert auf derselben Plattform von Renault wie der Clio und der Captur. Zu welchem Preis ein elektrischer Sandero angeboten werden könnte, ist noch offen. Bisher hatte die Marke den Fokus, möglichst bezahlbare Autos anzubieten und hat hierfür oft etwas ältere Renault-Technik genutzt. Sparen könnte Dacia nun am ehesten beim Zelltyp. Hyundai hat das Facelift für seinen Ioniq 5 vorgestellt. Neben Überarbeitungen beim Design und bei den Funktionen erhält das Elektromodell auch einen größeren Akku und auch einen Heckscheibenwischer. In den Handel kommt der überarbeitete Ioniq 5 im März zunächst in Südkorea und im weiteren Jahresverlauf sukzessive weltweit. Die Kapazität der Batterie wächst von 77,4 auf glatte 84 Kilowattstunden. Die Reichweite erhöht sich dementsprechend, einen konkreten Wert bleibt Hyundai aber noch schuldig. Mit dem bisherigen Akku kommt der Ioniq 5 mit dem 168 kW starken Heckantrieb auf maximal 507 Kilometer. Zur DC-Ladeleistung des überarbeiteten Ioniq 5 macht Hyundai noch keine Angaben. Der Ioniq 5 N mit dem ebenfalls 84 Kilowattstunden großen Akku lädt jedoch wie der bisherige Ioniq 5 mit 240 kW in der Spitze. Da auch die Ladekurve leicht angepasst wurde, bleibt es aber bei den bekannten 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent. Ein weiterer Vorteil, die Batterievorkonditionierung soll künftig auch manuell aktiviert werden können. Seit dem Modelljahr 2023 war das nur automatisch über die Routenführung im Hyundai-Navi möglich, wenn ein Ladestopp eingeplant wurde. Zur Basisbatterie mit bisher 58 Kilowattstunden und den jeweiligen Leistungsdaten für Heck- und Allradmodelle macht Hyundai ebenfalls noch keine Angaben. Von außen ist das Facelift-Modell nur an wenigen Details zu erkennen. Es gibt eine verfeinerte V-förmige Zierleiste sowie neu gestaltete Stoßfänger, die den niedrigen und breiten SUV-Auftritt des Ioniq 5 betonen. Aufgrund der neuen Stoßstangen wird das Auto zwei Zentimeter länger und misst nun 4,66 Meter. Breite, Höhe und Radstand bleiben unverändert. Um die Aerodynamik der kantigen Karosserie zu verbessern, wurde zum einen der Heckspoiler um 5 Zentimeter verlängert und zum anderen gibt es aerodynamischere Felgen. Letztere sind wohl das auffälligste optische Merkmal des Facelifts. Nicht zu sehen sind kleinere Maßnahmen am Fahrwerk und der Steifigkeit der Karosserie, die den Komfort und das Geräuschniveau im Innenraum verbessern sollen. Apropos Innenraum, in der Mittelkonsole gibt es nun eine physische Taste mit der häufig verwendete Funktionen wie die Sitzheistung, das beheizte Lenkrad und die Einparkhilfe bedient werden können. Zudem gibt es ein neues Lenkraddesign. Die vier Pixel sind jetzt wie im Ioniq 6 beleuchtet und können etwa den Ladestand anzeigen. Es wurden aber auch die Anordnung der Bedientasten am Lenkrad geändert. Der deutsche Flugtaxi-Entwickler Volocopter hat vom Luftfahrtbundesamt grünes Licht für die Serienproduktion des Volocity erhalten. Ob die Flugtaxis bereits zu den Olympischen Spielen im Sommer Passagiere befördern werden, ist jedoch fraglich. Die Erlaubnis gilt für den Volocopter Produktionsstandort sowie den Hangar in Bruchsal, der im April 2023 offiziell eröffnet wurde. Volocopter ist mit diesem Schritt in die Vorserienphase der Fertigung eingetreten. Die Auslieferungen der elektrischen Fluggeräte können jedoch erst beginnen, sobald die Musterzulassung vorliegt. Trotz dieser fehlenden Zulassung rechnet das Unternehmen damit, bei den Olympischen Spielen im Sommer den Passagierbetrieb aufnehmen zu können. Volocopter wird auf jeden Fall diesen Sommer in Paris fliegen, sagte eine Volocopter-Sprecherin gegenüber dem SWR. Die größte Herausforderung sei es, dass bislang noch niemand elektrische Flugtaxis zugelassen habe und aufgrund dessen immer wieder neue Fragen aufkommen würden, für die man Lösungen finden müsse. Immerhin, die Zulassung zur Pilotenausbildung ist bereits erfolgt. Volocopter hat mitgeteilt, dass seine Tochtergesellschaft Volocopter Air Services nun eine vom Luftfahrtbundesamt zugelassene Ausbildungsorganisation ist. Damit kann Volocopter nun auch Piloten auf den eigenen Fluggeräten ausbilden. Im VW-Werk in Emden werden offenbar in dieser Woche keine Elektroautos gebaut. Die dortige Produktion ruht aufgrund von Lieferengpässen bei einem Zulieferer von Montag bis Freitag. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf eine Sprecherin des Unternehmens. Um welchen Zulieferer oder um welche Teile es sich handelt, die zur Fortsetzung der Produktion fehlen, macht VW keine Angaben. Genannt wird ausschließlich der Zeitraum von einer Woche, die bis zur Wiederaufnahme der Produktion geplant ist. Wegen der stagnierenden Nachfrage hatte VW im ostfriesischen Emden bereits Anfang Februar die Produktion sowohl der Verbrennermodelle als auch der Elektroautos für zwei Tage gestoppt. Im November 2023 musste VW zudem wegen fehlender E-Motoren auch im Werk Emden vorübergehend die Produktion von Elektroautos aussetzen. Bei den in Emden vom Band laufenden Stromern handelt es sich um den ID.4, den IV.7 und den neuen ID.7 Tourer. Daneben werden in der Produktionsstätte auch noch Verbrenner gebaut, wobei die Modelle Passat und Ateon vergangene Woche ausgelaufen sind und die Verbrennerproduktion planmäßig den gesamten März aussetzt, um Umbauarbeiten für die baldige Produktion des Ateon Shooting Brakes zu treffen. Früher oder später soll Emden jedoch zum reinen E-Autowerk werden, wenn alle Teile vorrätig sind. Das war unser E-Mobility-Update am heutigen Dienstag. Schon morgen melden wir uns mit frischen Themen zurück und freuen uns, wenn Sie erneut dabei sind. Bis dahin!